Boom, da 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 boom, baby work it. Ja, meine erste Berührung mit Dear Evan Hansen war ein Auftritt, den die, glaube ich, gehabt haben bei Tony Awards. Da habe ich es gesehen. Und da war ich natürlich so, was ist das? Wer ist dieser Mann? Und dieses Ensemble mit dieser, wow, und so viel Energie. Und ich liebe es, wenn die Leute so technisch so unfassbar toll singen. Ich war richtig baff. Ja, und dann war es so lieb, dass die mich gefragt haben, ob ich Interesse hätte. Und dann habe ich das wieder angeschaut. Und war dann so, ach, schrecklich, wie schön. Ach, wie schrecklich, ja, das muss ich machen. Jetzt sind wir hier und ich kann nicht fassen, dass wir jetzt in zwei Wochen Premiere haben. Es ist immer dieses Ding, man will das irgendwie finden, weil du es natürlich gerne alles gut verstehen willst. Gleichzeitig weißt du, ach, es ist aber nicht meine Realität. Und dann muss ich wieder zurückschrauben. Und dann hast du wieder einen Tag, wo du denkst, okay, ich habe heute überhaupt keinen Zugang. Ist es dann jetzt fake? Ist es trotzdem Schauspiel? Oder wie weit darf man und sollte und muss man gehen? Was ich spannend finde, ist ein bisschen den Dreh, inwiefern sie schnell schon den Trauer vergessen möchte wahrscheinlich. und Evan auch aufnimmt in dieser Family. Und so viel Freude daraus holt, also man versteht das gleichzeitig. Und an der anderen Seite denkst du, dieser arme Evan kriegt doch keine einzige Chance, um wirklich als so ein junger Bursche diese Lüge aufzulösen. Ich glaube, sie versucht es die ganze Zeit nicht so ganz nah ran kommen zu lassen. Weil ich merke nämlich, dass ich selber als Annemieke in die Szene ganz schnell, und ich merke aber an dem Text, dass sie das eigentlich, sie kommt gar nicht so weit, sie hält es glaube ich eher zurück. Ich habe mal einen kompletten Heulkrampf bekommen. Da konnte ich nur mit meinem Rücken, und da hat der Markus-Oliv gesagt, ja das war dann so ein bisschen nicht mehr als das. Ich hoffe, wir können die Leute begeistern und ich hoffe, dass ganz viele dieses Stück anschauen und dass wir noch viel öfter spielen werden, als wir jetzt geplant haben. 16vre aiute 18 22 25